Finarfin wurde im Jahr der Bäume 1230 geboren. Er war der letzte Sohn von Finve, dem Hochkönig der Noldor, mit Indis und damit Halbbruder von Feanor und Bruder von Fingorfin, Findis und Irime. Indis war eine Vanya-Elbin und von ihr erbte Finarfin sein markantes blondes Haar, was ihn von seinen Brüdern abhebt. Feanor war Finvys Sohn mit seiner ersten Frau, Miriel, und war mit seiner erneuten Heirat nicht einverstanden, daher mochte er auch seine Halbgeschwister aus dieser Ehe nicht. Dies wurde noch schlimmer, als Melkor nach Valinor kam und diesen Streit anstachelte. Doch anders als Fingorfin hielt Finafin sich von diesem Geschehen fern und begnügte sich damit, Feanor zu ignorieren. Im Alter von 50 heiratete er Erwin, die Tochter von Olvil, dem König der Teleri-Elben. Mit ihr hatte er drei Söhne und eine Tochter, Finrod, Angroth, Aegnor und Galadriel. Wie auch ihr Vater hatten sie blondes Haar, was sie aus den ansonsten dunkelhaarigen Noldor herausstechen ließ. In anderen Versionen des Legendariums hatte er einen weiteren Sohn, Orodreth. Als viele der Noldor bei einem fest waren, zerstörte Melkor die beiden Bäume von Valinor, tötete Finve und stahl die Silmaril. Angesichts dieses Verbrechens erklärte Feanor sich zum neuen Hochkönig und rief die Noldor auf, ihm nach Mittelerde zu folgen, um Melkor zur Rechenschaft zu ziehen. Auch seine Halbbrüder schlossen sich ihm in dieser Sache an und die drei versöhnten sich. Jeder der drei Brüder führte eine Gruppe von Noldor nach Osten, wobei Finafins die kleinste war. Finafins und Finafins Gefolge trafen erst nach Feanor's Sippenmord in Alqualonda ein und wussten daher nicht, weshalb oder wie dieser Staat gefunden hatte, doch Finafin war nichtsdestotrotz schockiert von diesem Massaker. Wenig später erschien der Bala Mandos vor der Gruppe und verkündete einen Fluch, der alle betreffe, die weiterziehen würden. Finafin entschied sich daraufhin, ebenso wie der Großteil seines Gefolges, umzukehren und nach Valinor zurückzugehen. Seine Kinder und der Rest der Gruppe waren allerdings fest entschlossen und zogen weiter nach Beleriand. Zurück in Valinor wurde Finafins von den Valar mit offenen Armen empfangen. In Beleriand spielten Finafins Kinder, wie auch die anderen Noldor-Prinzen, eine wichtige Rolle in den Kriegen gegen Morgoth. Finrod, sein erster Sohn, gründete dort das Königreich von Nargothrond, wurde allerdings von einem Wehrwolf getötet, als er Beren in seiner Mission, einen Silmaril zu stehlen, half. Nach seinem Tod wurde er in Valinor reinkarniert und wieder mit seinem Vater vereint. Angroth und Elgnor ließen sich in Dothornion nieder und verteidigten es gegen Melkors Horden in der Dagor-Bragulach, in der sie beide fielen. Finafins einzige Tochter, Galadriel, spielte in den Kriegen Beleriands eine kleinere Rolle als ihre Brüder, doch im Gegensatz zu ihnen überlebte sie sie. Später gründete sie zuerst Eregion, zusammen mit Elbern wie Celebrimbor, und wurde danach Herrin von Lothlorien. In dieser Funktion half sie Frodo und den Gefährten schließlich bei der Zerstörung des Einen Ringes und dem Sieg über Sauron. Danach kehrte sie endlich nach Valinor zurück. Finafins wurde währenddessen zum Hochkönig der verbleibenden Noldor in Amman gekrönt. Nachdem Earendil am Ende des Ersten Zeitalters in Amman eintraf, um die Valar nach Hilfe gegen Morgoth zu bitten, zogen diese in den Krieg des Zorns, in dem Valar, Maia und viele der Elben Vardinors nach Beleriand kamen, um Morgoth zu bekämpfen. Die Noldor wurden in diesem Kampf von ihrem König Finafins angeführt, der so nun viele Jahre nach seinen Brüdern ebenfalls in Beleriand eintraf. Der Kampf mit den unzähligen Dienern des dunklen Herrschers erstreckte sich über vier Jahrzehnte und war so hart, dass er schließlich den Untergang des gesamten Kontinents verursachte. Doch am Ende waren die Armeen des Westens siegreich und Morgoth wurde verbannt. Zusammen mit dem Rest der Armee kehrte Finafins heim nach Valinor, was er wahrscheinlich erst in vielen tausend Jahren wieder verlassen wird, um an der Dagor Dagorath, der letzten Schlacht zwischen Gut und Böse, teilzunehmen. Ich hoffe, ihr habt in diesem Video etwas gelernt oder es hat euch zumindest gefallen und ich würde mich sehr freuen, euch erneut auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Falls ihr weitere Themenvorschläge habt, hinterlasst diese gerne in den Kommentaren.